Dieser Kurs in Wundern ist kein Therapieersatz. Wenn du psychisch sehr instabil bist, ist es manchmal hilfreich, du suchst einen Therapeuten deiner Wahl aus und versuchst auf diese Weise eine innere Stabilität zu erlangen, um dich dann erneut wieder mit diesem Kurs im Wundern auseinanderzusetzen. Das einfach als Hinweis für dich. Und letztendlich hat jeder die Eigenverantwortung, mit diesem spirituellen Werk, mit dieser Geistesschulung umzugehen. Ich selbst habe mich an diesen Kurs herangemacht und war, ohne es zu wissen, ziemlich einigermaßen instabil in meinem Denken, in meinem Handeln und in meinem Tun in dieser Welt. Ich wusste nicht wirklich, dass ich depressiv bin. Und dennoch hatte ich meine dunklen Stunden, die ich halt versucht habe zu überwinden durch irgendwelche Aktivitäten oder durch irgendwelchen Ersatz, den ich mir dann immer wieder zurechtgelegt habe. Und achte gut auf dich. Achte sehr, sehr gut auf dich. Und wenn du Hilfe benötigst, dann öffne dich für diese Hilfe. Und wenn du hier in diesem Kurs im Wundern durch das, was hier weitergegeben wird, das Gefühl hast, dass du dadurch Licht am Ende des Tunnels erkennst oder wo auch immer du dich gerade befindest, dann bleibe sanft dran. Hier werden manchmal Aussagen verwendet, die dich auch erschrecken können. Wenn zum Beispiel gesagt wird, nichts in dieser Welt hat irgendeine Bedeutung oder dass die Welt nicht auf diese Art und Weise existiert, wie du sie siehst oder überhaupt nicht existiert oder dieser Körper keine Bedeutung hat, das kann manch einen instabilen Menschen eher erschrecken. Und deshalb noch einmal, sei sanft, sei wirklich sehr sanft. Greife dich nicht immer selbst an. Wann greifst du dich selbst an? Wenn du dir immer wieder erzählst, wie schrecklich die Welt ist. Das ist ein Selbstangriff. Wir erinnern uns, die Welt ist eine Projektion und keine Tatsache. Und wenn du die Welt auf diese Art und Weise siehst, dann greifst du deine Projektion, das heißt deinen Geist an, ohne es zu bemerken. Wir greifen immer nur uns selbst an und verstricken uns immer tiefer und tiefer und verlieren uns in unseren Selbstangriffen. Ich habe viele Jahre mit diesem Kurs verbracht, ohne wirklich zu wissen, was hier letztendlich formuliert wird und aus dieser Kurs in Wundern auszu... Ja, welches Ziel dieser Kurs hat. Und ich habe innerlich gespürt, es stimmt. Aber eines habe ich auch deutlich gespürt. Jedes Mal, wenn ich den Kurs angegriffen habe, das habe ich auch getan, oder mit der Welt gehadert habe, ging es mir immer schlecht. Oder jedes Mal, wenn ich geglaubt habe, dass irgendjemand etwas gesagt hat, was mich verletzen könnte, oder was mich verletzt hat, habe ich mich getäuscht. Also der Aufruf ist einfach, bleib sanft. Bleib sanft, fühle in dich hinein, frage dich selbst, vielleicht durch einen tiefen Atemzug, Was ist jetzt? Und schon alleine, wenn du diese Frage stellst, Was ist jetzt? Kannst du wahrnehmen, dass jetzt Frieden ist. Jetzt ist Frieden. Genau jetzt ist Frieden. Und es dreht sich doch nur um das Jetzt. Es dreht sich doch nicht um Dinge, die irgendwann geschehen könnten. Wenn du in diesem Jetzt verweilst, wirklich mal für zwei bis fünf Sekunden verweilst, Was ist jetzt? Ohne einen weiteren Aberglauben hinzufügen, ja, jetzt ist gut, jetzt, wo ich das höre, ist gut. Ja, dieses Jetzt ist immer verfügbar, dieser Frieden ist immer verfügbar. Und so trainieren wir unseren Geist, um im Frieden zu sein, im sanften Frieden und nicht mehr in Selbstangriffen, Selbstvorwürfen, Selbstanklage. Oh, ich check's nie, andere können es besser und wer weiß, was wir uns da diesbezüglich alles erzählen. Ich dachte jahrelang, ich bin einfach nur zu blöd für diesen Kurs. Mir fehlt ein Hochschulabschluss oder Ähnliches. Nein, ich war nicht zu blöd, sondern mein Widerstand und meine Bockigkeit der Wahrheit gegenüber war zumindest sehr interessant. Und vielleicht kannst du das auch bei dir feststellen. Ja, genau, so ist es bei mir auch. Ich bin immer wieder bockig, ich will eine Lektion nicht machen, ich kann sie nicht verstehen und es ist doch alles immer wieder zu viel oder Ähnliches. Das kann passieren. Und was mir immer wieder geholfen hat bei diesem Kurs in Wundern, das ist die Einführung zu den Lektionen. Und das ist eine so große Sanftheit, die Jesus uns da gegeben hat oder angeboten hat. Du brauchst diesen Kurs nicht zu glauben. Du kannst sogar aktiv Widerstand leisten. Das macht nichts. Jesus sagt uns, bleib in der Sanftheit und versuche es zumindest so gut wie möglich, die heutige Lektion anzuschauen. Die Lektion 258. Ich will mich daran erinnern, dass Gott mein Ziel ist. Und dieses Ziel hat jeder. Jedes Lebewesen auf diesem Planeten hat nur ein Ziel. Gott. Was bedeutet das, wenn wir hier Gott sagen? Wir sagen, Frieden ist unser einziges Ziel. Liebe, Glück, Schönheit, Zusammensein, Dankbarkeit. Das ist doch unser Ziel. Und nur daran wollen wir uns heute erinnern. Wir wollen uns nicht mit anderen Zielen identifizieren, die uns doch nur wieder ablenken von diesem jetzigen wundervollen Augenblick, in dem wir gemeinsam sind. Und der nicht verändert werden kann. Denn das, was verändert werden kann, das entspricht nicht der Wahrheit. Anders formuliert, das, was endet. ist nicht die Wahrheit. Und so kannst du in die Welt schauen. Schau, überall Veränderung. Oh, der Sonnenuntergang, den möchte ich ständig anschauen. Irgendwann ist er selbst der schönste Sonnenuntergang. Langweilig. Schau dir die Menschen an, die am Meer wohnen mit dem schönsten Sonnenuntergang. sagen, sie haben kaum Interesse daran. Sie tun andere Dinge. Für diese Menschen sind andere Dinge wieder schön. Oh, ich möchte ständig Erdbeerkuchen essen mit Sahne. Der schmeckt so gut. Nein. Irgendwann möchtest du keinen Erdbeerkuchen mehr essen. Oh, ich möchte ständig mit diesem Menschen. Irgendwann nervt dich dieser Mensch. Und dann ist dieser Kurs in Wundern hilfreich. Denn wenn wir uns daran erinnern beziehungsweise wenn wir am Ziel ankommen, dann ist alles ein Erdbeerkuchen. Dann ist alles ein wundervoller Sonnenuntergang. Und dann ist alles in Liebe. Dann liebst du sogar dein Kopfkissen. Oder den Kugelschreiber. Weil du in Liebe mit allem bist und keine Unterschiede mehr machst. Und deshalb erneut sei sanft. Das Einzige, was nötig ist, ist unseren Geist darin zu schulen, all die kleinen, sinnlosen Ziele zu übersehen und uns daran zu erinnern, dass Gott unser Ziel ist. Die Erinnerung an ihn ist in unserem Geist versteckt, verschleiert durch unsere zwecklosen kleinen Ziele, die nichts bieten und die nicht existieren. Sollen wir weiterhin zulassen, dass die Gnade Gottes in der Unbewusstheit leuchtet? Während wir das Spielzeug und den Tannen der Welt stattdessen suchen? Gott ist unser einziges Ziel, unsere einzige Liebe. Wir haben kein anderes Ziel, als uns seiner zu erinnern. Und das ist eine Tatsache. Du und ich, wir haben dieses Ziel. Auch ein Atheist hat dieses Ziel. Er benennt es nur anders. Es spielt doch keine Rolle. Aber wir wollen uns nicht mehr mit den belanglosen und kleinen sinnlosen Zielen beschäftigen, mit den Brotkrumen dieser Welt. Warum denn noch? Wir spielen hier ein Spiel und haben vergessen, dass wir es spielen. schau mal, vielleicht sitzt du jetzt irgendwo auf einem Stuhl oder auf dem Sofa liegst du oder vielleicht stehst du gerade. Also wenn du jetzt zum Beispiel sitzt, dann frage ich dich, könntest du jetzt aufstehen? Ja, die meisten von uns sind in der Lage jetzt aufzustehen. Die meisten. Und so frage ich dich, könntest du das Spiel des Urteils aufgeben? Ich finde in mir ein Ja. Ja, ich könnte dieses Spiel des Urteilens aufgeben, denn dieses Spiel beinhaltet meine kleinen und sinnlosen Ziele und verhindert, dass ich den Frieden Gottes, der nach wie vor in meinem Geist ist, erkenne. Ich könnte das Spiel des Urteilens aufgeben, stimmt's? Du könntest es und ich könnte es. Jeder von uns ist in der Lage, die Macht der Entscheidung ist mein. Das ist ganz klar, das ist offensichtlich, also könnte ich es. Und so kann ich dich fragen, wann willst du dieses Spiel aufgeben? Und so möchte ich dich weiter fragen, könntest du das Spiel der Dualität aufgeben? Ja, jeder von uns, ausnahmslos jeder von uns, hat die Macht und die Kraft, dieses Spiel der Dualität aufzugeben. So wie du jetzt aufstehen könntest, es ist tatsächlich so leicht, wie du jetzt aufstehen könntest oder einen Kugelschreiber, den du in der Hand hast, fallen lassen könntest. Es ist nicht schwer, einen Kugelschreiber, den du in der Hand hast, fallen zu lassen, genauso wenig schwer ist es aufzustehen. Du könntest dieses Spiel der Dualität jetzt, genau jetzt, aufgeben. Die Frage ist nur, wann? Wann möchtest du es aufgeben? Könntest du das Spiel die Ignoranz gegenüber der Wahrheit jetzt aufgeben? Ja, auch das könntest du jetzt aufgeben, denn nur du hältst es aufrecht. Stimmt's? Stimmt's? Und ich möchte dir noch eine Frage stellen, könntest du das Spiel der Konzentration auf das Äußere aufgeben? Dieses Spiel der Konzentration auf das Äußere. Könntest du dieses Spiel jetzt aufgeben? Ja, du könntest es tatsächlich so wie ich und so wie jedes Lebewesen. Es ist so leicht, wie ein Kugelschreiber fallen zu lassen. Und so möchte ich dich noch einmal auf diese Frage hinweisen. Könntest du zumindest jetzt für einen kurzen Augenblick das Spiel der Konzentration auf das Äußere aufgeben? Ja, zumindest für einen Augenblick. Und ich verspreche dir, in diesem Augenblick wirst du den Frieden Gottes in dir erfahren. Genau in diesem Augenblick. Und in diesem Augenblick hast du das Ziel erreicht, nachdem hier jedes Lebewesen strebt. Letztendlich könnte ich dich auch fragen, wie lange möchtest du das Spiel der Dualität noch spielen? Wie lange möchtest du das Spiel des Urteilens oder die Sicht auf das Äußere noch spielen? Wie lange möchtest du die Ignoranz gegenüber der Wahrheit noch spielen? Das sind Fragen, die dir weiterhelfen, deinen Geist zu erforschen und es lohnt sich wirklich dieses Erforschen in diesem Erforschen zu bleiben. Nicht nur, ah, das sind tolle Fragen, wir gehen weiter oder das nervt mich oder ich weiß nicht, was du denkst, sondern erforsche das mal für dich, halte meinetwegen die Aufnahme an und stelle dir diese Fragen tief in deinem Geist und stelle fest, hey, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt zumindest jetzt in diesem Augenblick das Spiel der Krankheit, das Spiel der Depression, das Spiel der Dualität, des Selbstangriffes oder der Selbsterniedrigung aufgeben. Ich könnte es jetzt für zwei bis fünf Sekunden. Wow! So habe ich das noch nicht gesehen und das bietet eine Möglichkeit. Wenn du diese zwei bis fünf Sekunden nimmst, ja, ich könnte es jetzt. Wann? Ja, genau jetzt. Ich bin bereit. Ich will es loslassen. Ich will es zumindest für diesen kurzen Augenblick aufgeben. Und du wirst sehen, das ist das, was dieser Kurs in Wundern ein Wunder nennt. Und diese zwei bis fünf Sekunden, die kann dein ganzes Leben verändern, weil du plötzlich etwas in dir entdeckst, dass wir den Frieden Gottes nennen, dass wir die allumfassende Liebe, das allumfassende Glück nennen. Es ist immer noch in deinem Geist. Es ist vor deinen Gedanken und nach deinen Gedanken, es ist vor deiner Geburt und nach deinem Sterben, es ist vor Raum und Zeit. Es ist immer und ewig und es unterliegt keinen wechselhaften Dingen, die diese Welt ständig anbietet. Es ist beständig und klar und konnte durch nichts verändert oder durch nichts beeinflusst werden. Und du könntest, wenn du jetzt willst, in dieser Erfahrung sein. Und wenn du direkt in dieser – wie soll ich sagen – in diesem Gewahrsein des Friedens bist, zumindest hast du für diesen kurzen Zeitraum, da wirst du bemerken, da ist das Problem. Die Angst, die Depression, die Sorgen und all die Dinge, die da erscheinen mögen, haben zumindest in dieser Zeit keine Bedeutung. Sie rufen wohl, hey, da ist doch ein Problem, das Ego ruft dir wohl zu, hey, da ist doch ein Problem, das müssen wir jetzt lösen. Dann sagst du, ich habe es soeben gelöst, ich bin im Frieden. Ich bin jetzt im Frieden, ich habe es schon gelöst, Ego, du kannst gehen. Ich brauche dich nicht mehr als Problem Erhalter. Und ich glaube dir auch nicht mehr deine Lösungsvorschlägen schenke ich keinen Glauben mehr. Ich verweile jetzt im Frieden Gottes, ich verweile jetzt in dieser Liebe, die mich durchdringt, die ich bin. Ja, es ist wohl so, am Anfang mag dies fremd sein, ungewohnt sein. Und dennoch mit der Geistesschulung möchtest du nur noch diese zwei bis fünf Sekunden in alle Ewigkeit ausdehnen. Du möchtest nur noch dieses haben. Und manchmal ist unser Affengeist halt völlig verrückt. Natürlich bin ich mir dessen bewusst. Und je nachdem, in welchem gerade du diese Verrücktheit gerade erfährst, erneut der Hinweis, sei sanft. Und die Praxis der Vergebung, die ich nun schon einige Zeit immer wieder an den Tag lege, hat mich zu dieser erstaunlichen Entdeckung geführt. Weil ich eben dem Ego keinen Glauben mehr schenke, hat mich zu dieser Entdeckung geführt, dass das Ziel direkt jetzt, das Ziel der Frieden, die Liebe, direkt jetzt erfahrbar ist. Ich bin mir dessen absolut gewahr. Das war schon immer da. Und ich spreche aus diesem Gewahrsein zu dir. Und in diesem Gewahrsein haben Worte keine Bedeutung mehr. Worte, wie hier schon oft erwähnt, sind einfach nur Hinweise. Hinweise an die Wahrheit in der du dich jetzt befindest. Also, wie lange möchtest du dieses Spiel des Urteilens, der Dualität, der Ignoranz, der Wahrheit oder der Konzentration auf das Äußere, wie lange möchtest du das Spiel der Krankheit, der Sorgen, der Konflikte und der gleichen mehr noch aufrechterhalten? Und du weißt ganz genau, jeder, der hier heute zuhört und jedes Lebewesen auf diesem Planeten und in diesem ganzen Omniversum weiß ganz genau, er könnte dieses Spiel jetzt und für alle Zeit aufgeben. Die Macht der Entscheidung ist dein. Aber wenn ich diesen Kugelschreiber festhalte, nimmt den mir niemand weg. Keiner nimmt mir diesen weg. Ich bin gerne bereit, dieses Spiel, das wir in dieser Welt spielen, das ich in dieser Welt spiele, aufzugeben. Endlich, 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 endlich. So enden die Eonen des Schmerzes und des Leidens. So enden die Zeitalter der Dunkelheit. Und ich nehme das Versprechen an, dass Jesus mir und uns gegeben hat, das Zeitalter des Lichtes ist gekommen. Um das zu erkennen, wollen wir unser interessantes Spiel aufgeben. Danke für dein Dasein, dein Lauschen und deine Hingabe an die Wahrheit. Deine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020